Da bin ich jetzt bei der Burg. Hier ist nämlich ein anderes Haus, was ich gerade gesehen habe. Siehst du den Rauch? Welchen Rauch? Ich komme gleich mal. Ich bin nämlich noch im Haus. Hier ist einfach so ein Haus, Alter. Ich komme erst mal zu dir. Ich sehe da hinten die Burg. Wo ist die Burg? Da oben. Bist du der Rote? Nein, ich bin Gelb. Ich weiß, weiß, weiß. Warum? Ich stöhne den Roten. Das bin ich, das bin ich. Ich sag echt, der kam wieder. Oh Gott, ich brauche Hodenstick. Ich brauche noch ein Schwert, Mann. Willst du mein Schwert haben? Kann ich es haben. Für die Rack, Leute. Übrigens mal kurz ein Update, falls die vorige Sache weg ist. Wir haben hier, also das ist halt so ein Ritterspiel, kann man sagen. Also so ein Simulator davon. Und ja, wir sind gerade auf dem Bremen-Server gejoint. Gut, der ist anscheinend offen. Und ja, wir greifen jetzt ein bisschen. Der Typ guckt nicht nach seinen Häusern. Das ist die einfachste Erklärung. Genau. Und wir müssen halt natürlich auch gucken, dass er auch mehr ein bisschen Respekt vor seinen Häusern hat. Eine ganz klare Sache. Wir müssen einen Hammer kaufen. Lass einen Hammer kaufen. Dann können wir die Mauern einstürzen. Boah, wir müssen unten alles aufmachen. Ich habe einen Hammer. Ich mache dir auch einen. Sehr gut. Einen, der liegt da drinnen. Und ja. Ich komme ja nicht mehr raus. Bist du drin? Ah, jetzt hier. Ähm. Geil. Hast du es? Hammer? Mit Recht. Ich habe keinen Hammer. Ich habe keinen Hammer. Delfen workbench. Achso, okay. Alter, was ist mit der Kugel eigentlich hier? Keine Ahnung. Du kannst außen noch ein Schwert bauen, wollte ich sagen. Ja, kannst du noch ein Schwert machen hier. Jo. Du kannst ja in der Zeit... Du brauchst nur einen kleinen Mini-Stein. Und ich werde mal kurz diese Kugel dir nehmen. Alter, wenn du die dadurch fliegen lässt. Wo ist denn die Kugel jetzt? Keine Ahnung. Ah, ich habe sie. Okay, Leute. Mit einem großen Steen machen. Oh, ne. Die Kugel, die macht nix. Nur die fetten Steine. Ich reiß schon mal unten ab, ne? Ja, vorsichtig, dass ich sterbe. Aber wir müssen wahrscheinlich die ganze Steine zusammen haben. Sonst geht das nicht so gut. Die ganze Steine müssen zusammen sein. Dann kommst du nicht raus. Warte. Oh, oh. Boah, lag das dann, weil die auch immer so hart. Ja. Also, wenn da was kommt. Wenn lag. Okay, Leute. Deswegen für die lags kann ich halt nix, leider. Das ist halt der Server. Das ist halt das Blöde, dass so komische Frame-Einbrüche hier sind. Pass auf. Ja, das dauert zu lange, das Grunddinge, das einfach hier nehmen. Warte. Ich glaube, hier, wenn ich das abreiße, das alles ab. Gott, diese Legs. So, Leute. Jetzt mal gucken. Hier. Alter, wenn das weg ist, müsste es einstürzen. Aber das Spielsettel. Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin so tot, Digga. Warte, wie kann man es hier anvisieren? Du musst den Holzboden halt noch wegmachen. Leck das bei dir auch so? Nicht, dass es doch wegen mir ist. Okay. Gut, Leute, es ist nicht wegen mir. Okay, Vorsicht. Okay, das müssen wir jetzt nur down kriegen hier. Alter. Hast du... Oh, Gott. Oh, 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 oh. Yo. Da ist das Haus ein bisschen kürzer. der wenigstens fliegt das muss noch ab da kann er nicht dran hier das muss noch weg dieses bein hier noch warum fällt das andere ist eigentlich auch runterfallen ich guck mal habe ich fette steine da ist ich kann sich anvisieren da da ist noch ein stück warte jetzt ein ganz kleines stück oh gott hier siehst du das dieser ganze kleine kratzer den müssen weg machen kam mal rein aber nicht so viel schiss der passiert schon nichts da fag alter Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich will nicht sterben. Nächste Wand. Ach du Scheiße. Mach's mir schuld, brauch die nieder. Alter. Das war's mit uns im Haus, ne? Let's play beendet. Ey, das ist einer beigetretenen Spieler. Lass mal schnell verpissen, dass wir das waren, dann checken die das vielleicht nicht, weißt du? Warte, pass auf, guck mal langsam, ob jemand ist. Da ist jemand gespawnt. Auf zum nächsten Haus, komm. Kann man's auch kaputt machen? Ja. Das machen. Wie denn? Aufschlagen. Wo denn? Geht der schnell kaputt? Keine Ahnung. Sieh's nochmal hoch? Sieh's hoch? Sieh's? Ist es geblockt jetzt? Okay, Leute, es ist noch einer nachgescheuert. Obwohl, hast du Steiner? Hast du Steiner? Ne. Es ist noch einer dazugekommen auf dem Server. Mal gucken, der sein blaues Wunder erlebt. Alter, wie der Sound eingeschüttet ist. Du darfst die Dings nicht einzeln werfen, leider. Er kommt, er kommt, Ellen, er kommt. Laber nicht. Doch, der Name. Oh Gott, mach zu, mach zu. Du. Wie ist dein Name aus? Der läuft doch irgendwo. Mach auf. Wie? Ist das der Hoster? Ne, ne? Keine Ahnung. Warte. Nach geht nicht. Geißen auf das Tor. Ja, komm. Lass ihn töten. Natürlich. Ja, komm. Da vorne ist er. Oh, danke. Pass auf, pass auf. Okay. Kein Stamina mehr. Komm, klatsch ihn. Ey, bei mir leckt's so hart, alter. Bei mir auch. Ne, oh. Du hast mich gegetet. Das ist eh nix. Er, er töte mich. Ne, ich kann nicht laufen. Ja, vorsicht, vorsicht, er will uns austricksen. Du kriegst den. Was? Noch ein Hit? Ja, als ob er so viel aushält, kannst du mir nicht erzählen. Er läuft, er läuft. Ich kann ihn halt einfach nicht hitten. Fuck, sorry. Ja, was ist das denn? Was? 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 Er wird zurück zu der Brücke. Was? Er will die Brücke abbauen. Jetzt ist er hier drinnen. Pass auf. Lass ihn nicht entkommen. Vorsicht. Er will dich ausspielen. Er kommt hier nicht mehr raus. Tor hoch. Warte, nee, geh du und greif ihn an. Ich mach das Tor hoch. Okay. Was? Der ist in der Schrottmühle. Digga, wie kann denn alles abwehren? Hab ihn. Peace. Warte, warte. Don't attack our castle. Das zum anderen. Okay, lass abziehen. Lass es, aber lass es mal noch kaputt machen hier. Ich mag das nicht zu sehen. Schlag drauf, okay? Nee, bringt nichts. Komm, scheiß drauf. Lass es im anderen Haus. Es macht viel mehr Spaß häuschen. Was machst du? Alter, ich wurde hochkatapultiert. Ich verteidige einen. Da unten ist noch. Der muss der Horst da sein. Lass deinen Baum drauf krachen. Pass auf, nicht, dass du uns backslap. Ja. Dich aufpassen. Das ist ja... Der will jetzt unser Diener sein. Das ist ein Mädel. Okay, was heißt das nochmal? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Oh. Oh. Knapp. Oh. Als ob das genau daneben fliegt. Loll. Jetzt... Du hast irgendwas anderes abgerissen. Komm rein. Du hast hier so ein riesiges Ding abgerissen. Ich hab irgendwie ein Déjà-vu. Mein Déjà-vu sagt, dass der Typ uns backslap wird. Dann schlagen wir drauf. Wie geht das nicht kaputt? Boah. Es stellt sich irgendwas her. Willst du ihn töten? Ich hab Angst irgendwie. Keine Ahnung, dass du uns backstab. Wann soll ich ihn töten? Er geht rein. Naja, aber Felsch hat da... Weiß ja, wie man's destroyed. Ich find's immer schöner von unten. Keine zu sehen. Ich krieg die Wand halt nicht kaputt. Egal, lass einfach was unten ist. Obwohl... Nee, komm. Mach einfach die Wand hier drinnen. Er stellt sich was her, ne? Okay. Er tut was in die Truhe oder nimmt sich was raus? Boah. Muss halt die Wände ausschlagen. Der holt sich Holz. Wenn der jetzt Stein abbaut, hol ich mir den. Frag ihn mal, was er tut. Der holt sich, Leute. Der will den Staff von denen haben. Lol. Soll ich töten? Er ist gestorben. Lol. Lol. Komm, hilf mir. Achtung. Das Ding stützt gleich ein. Das Ding stützt gleich ein. Bergs? What the fuck? Als ob er jetzt ne Tasche holt. Hey, wie soll er das machen? Also das Fenster kriege ich hier nicht weg. Jetzt. Oh oh. Da ist einer. Da ist Raimund. What the fuck? Ist ein Bot. Sicher, dass hier kein anderer drauf ist? Ja. Lol. Ja. Da ist er. Da ist er. Irgendwie tut es mir leid. Warum nicht? Warum nicht? Ich hätte es besser sichern können. Guck mal wie das am fliegen ist. Guck dir das an. Wow. Ich hab so fliegen. Ich hab kein Essen, ich werde sterben. Okay, nice. Hier, nichts. Oh, thanks. Wir haben zu fliegen. Das ist genial. Ja. Wir haben hier für Ordnung gesorgt. Merkt ihr das? Oh Gott. Ich komme ja nicht mehr raus. Danke. Passt, bin draußen. Äh, so. Jetzt werden wir noch ein paar Steine hier drauf hauen. Jo. Und wenn nichts mehr geht, deine Frau. Oho. 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 Das war mal ein Naulem. Treppe muss auch weg. Fertig. Oho. Oho. Okay. Leute, lass woanders hin. Ja. What the fuck? Was können wir noch hier zerstören? Ich weiß nicht. Oho. Oho. Der sieht aber deinen Arm. Ich weiß. I'm on the map. Aha. Nice. so leute ich würde sagen wahrscheinlich wohl alter wir haben eine ganze map zerstört das haus da drinnen als wenn wir so ein baum fällen der auf die auf die mauer fliegt dass es mal noch testen ich muss mich muss auch dazu sagen man ey wenn man zu blöd ist um seine map zu sichern ist es ja pech eigentlich man kann ja einfach machen denkst du die reichen bis dahin zur mauer sieht nicht so aus hey warum sterbe ich jetzt ja gut ich würde sagen das war es da oben ist die burg das leichter wenn es gefallen hat und wenn ihr mehr wollt